Mega-Blockbuster. Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen zusammen anstrengen. Es geht um Harrison Hill. Wir kennen uns aus dem Netz. Und seine Frau hat keinen Schimmer. Er hat keine Ahnung, was ich ihm antennen kann. Das geht um Grace. Sie ist verschwunden. Sie wurde nicht nur ertränkt, sondern auch vergiftet. Ich muss nie an Hill reinkommen. Bruce Willis. Wenn er einen umbringen will, dann macht er das nicht selbst. Wir werden sehen. Und Harry Barry. Wie weit bist du bereit zu gehen? Die Free-TV-Premiere. Verführung einer Fremden. Sonntag, 16. August, 20.15 Uhr. ProSieben.